Wir widmen so vielen Dingen Zeit, auf der Suche nach Stolz und Anerkennung. Doch kann es etwas Heldenhafteres geben, als jemandem das Leben zu retten? Für dich ist es nur ein kleiner Nadelstich, aber für einen anderen Menschen ist er eine Perspektive. Lass dich typisieren und werde einer von zwei Millionen Helden.